Grüß euch, ich darf euch heute den Dixon VarioField 3000 vorstellen. Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Vorn dran kann man schon sehen, die 20 verstellbaren Doppelholscheiben mit 490 mm Durchmesser. Links und rechts hat das Gerät jeweils ein hydraulisch verstellbares Stützrad angebaut. Hinten dran kann man noch sehen, die 8 fixen Scharren für Dämme und dann noch 7 Scheiben für die Einhebung. Hinten dran haben wir ein dreiteiliges Striegelmodul und eine Beleuchtung. Wenn euch das Gerät gefällt, könnt ihr es euch jederzeit bei uns anschauen und bei uns melden per Telefon oder per E-Mail. Das Gerät steht am Standort Auerholzmönster. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr und schaut es euch an. Danke, führte euch!